jo leute was geht euer aeros game wird am start mit einem mc4 gameplay und ja man kann es kaum glauben ist ein gameplay von mir alter als sniper gameplay das ist mein erstes spiel mit einer sniper online also wenn sie es nur nicht übel wenn ich scheiße bin ihr habt 10 zu 5 score in 9 minuten ist heute noch ein gegner auf jeden fall heute ist wieder smalltalk video und ja ich würde euch gleich was fragen weil das passt genau zum gameplay deswegen habe ich das genommen ich möchte gerne so live to sniper boss oder so irgendwie so machen dass man jetzt zum beispiel das jetzt live aufnehmen und sniper und das dann auf youtube schon egal wie schlecht mein score ist muss es aufgeladen wenn ich es aufnehmen und ja das ist eine ziemliche herausforderung und ja jetzt schon mal für das dass das gameplay nicht gut ist also wirklich scheiße vor allem weil manchmal solche fels dabei habe ich muss erst reinkommen und ja dankeschön an beast weil ohne ihrem kann die gar nicht sniper weil ich habe für ios gamer die sniper nicht und ich habe nur 16.000 coins oder so und die sniper kostet 60.000 und dann mit dem schalldämpfer kannst du auf 70.000 kannst rechnen oder 67 ich glaube der schalldämpfer kostet 7.000 oder so irgendwie auf jeden fall ja ich möchte das gerne einfüllen lassen kommentar da ob sie sehen wo jetzt dann mache ich es und ja was das nächste ist ich möchte da gerne ich mache jetzt wieder app review wenn es gut ankommt werde jetzt blöd raus machen und ja schauen mal das ist einmal das dann wollte ich noch sagen wegen irgendwas wegen ein upload plan genau also dass sie jetzt zum beispiel ein upload plan mache ich weiß noch nicht ob ich es gesagt habe schon mal gesagt habe aber überlegen ob ich dienstag soll immer so ein app review mache dann donnerstag wenn ihr letzt let's play aber let's play und dann samstag mc4 und das heißt wenn ich kann das play haupt wird am donnerstag mc4 kommen und ich kann mir das eigentlich gut vorstellen den upload plan das sind drei videos in der woche und das müssen sie eigentlich schaffen und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht weil es ist abwechselnd abwechslungsreich und nicht nur mc weil irgendwann sehr langweilig und ich habe eigentlich gedacht ein roto commander noch machen aber es fangt ist oder roto game oder wie man es nennen will aber es fangt ist aber es fangt ist schon bald an es kommt ist schon bald mc5 und dann dachte ich weiß nicht ob ich es tun soll ob ich einen roto commander machen soll aber ich kann es mir mal in die kommentare schreiben ob ich es machen soll und ja was dann noch ist das angry birds epic let's play das was ich schon auf youtube aufgeladen habe ich weiß nicht ob ich das wirklich weiterführen soll ich meine das erste video hat über 2000 aufrufe ich glaube das hat schon knapp 2500 aufrufe und ich bin beim überlegen ob ich das wirklich weiterführe aber ich weiß es nicht weil ja ich habe schon mal in die kommentare weiter gespielt privat und ich habe jetzt schon alle charakter und das ist eigentlich mein problem und dann seht ihr jetzt schon alle charakter wo es den noch gar nicht gibt und ja das sehe ich eigentlich auch als problem aber wenn euch das wurscht ist, dann hätte ich das angry birds epic let's play weiterführen der wahl habe ich zwar nicht mehr haben aber ich kann es jetzt wieder aufgeladen das ist nicht das problem weil es gibt es ja jetzt schon ein deutsches store und deswegen habe ich jetzt auf einmal so viele aufrufe gekriegt weil jetzt kennen sie auch schon ein paar leute oder mehrere leute weil es ist jetzt schon auf dem deutschen und österreichischen ja ich sehe das gleiche tut der Udl das reißen für scheiße oder naja dass es heute auch schon gibt einer die kotze lassen die ruhe lassen die ruhe die attackiert mir weiter die wir fetzen ich will jetzt mit der fetze machen video video lass mich hörst du auf? hörst du auf? hallo Sau geh weg geht's auf jeden fall ich werde schauen ob ich das weiterführe ah du drecki ah du wichser äh und ja muss ich schauen das mit dem snipen das müsst ihr mir in die kommentare schreiben dann und mit dem road2gamer müsst ihr in die kommentare dann noch schreiben und genau was ihr auch noch fragen wollt wer euch der kanalbanner gefällt ich weiß die krallen sind übers e und übers r aber irgendwie schaut es gar nicht so schlecht aus wenn es drüber sind weil wenn es hinterhalb sind dann gibt es gar keinen sinn ios game und hinterhalb sind dann die kratzer wie unlogisch wäre das eigentlich ich mach das mal und schau es mir mal an wie es ausschauen würde wenn die kratzer hinten wären und ja ich habe lange gebraucht ich glaube 2 stunden oder so habe ich gebraucht dafür ist eigentlich für ein Bild recht lang muss ich sagen und ja dann warst du jetzt eigentlich von dem video ich weiß jetzt mal was ich sagen soll ich werde Musik im Hintergrund dazu hören obwohl ich jetzt schon die 2 strikes habe aber ich werde den Musik hinzufügen den was ich beim 1.1 gemacht habe weil da habe ich kein Dings gekriegt keine copyright verletzung deswegen werde ich den dazu tun und ja aber ich werde das jetzt so abstimmen jetzt dass die Musik genau zum quickscope oder so passt also das ist mir echt der wahl noch zu viel Arbeit und ich kenne das eigentlich gar nicht weil ich keine Sony Vegas habe auf jeden fall das was jetzt mit der Smalltalk Folge ich glaube ich habe jetzt nichts mehr zu sagen eigentlich ich habe das mit dem Sniper gesagt ich habe das mit dem Road to Commander gesagt genau eins ist noch ich habe mit dem DysiPS einmal geredet und ich habe mir gedacht ob wir ein Projekt zusammen machen er hat gesagt er hat da war nicht so viel Zeit deswegen werden wir schauen ob es nächste Woche ob wir da eine Folge aufnehmen können und da werden wir schauen wie es mal ist ob uns das taugt ob es euch taugt und ja ich hoffe dass das was wird ähm ist eigentlich ziemlich cool ich kann es mir gut vorstellen und wie ich da gefällt habe Leute das ist einfach nur wenn er so nah vor mir ist und der läuft links und rechts drei so durch immer und ja vor allem wenn du da einen Quickscope machen musst da musst du einfach nur da musst du einfach nur heraus sehen wann er genau rechts oder links umläuft und das ist ein bisschen schass auf jeden Fall das war es jetzt wirklich von dem Video die letzten drei Minuten so ungefähr werde ich noch das Lied jetzt einblenden oder einblenden Alter bin ich behindert dazufügen auf warum sage ich die ganze Zeit auf jeden Fall Alter jetzt höre ich wirklich auf lasst einen Kommentar und eine Bewertung so ich bin raus Leute Ciao und auch K Das war's. Das war's. Das war's.